Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Tipps und Tricks, heute wieder mit einem Inkscape Tutorial. Heute möchte ich euch zeigen, wie man mit einem gewöhnlichen Sechseck, in diesem Fall in kürzester Zeit so eine Figur oder so eine Figur erschafft. Gehen wir hier auf Sterne und Polygone erstellen, gehe hier auf gewöhnliches Fill-Eck, sage ich möchte hier sechs Ecken, drücke die Steuerungstaste und schaue, dass das Ganze nach unten senkrecht weg schaut, also diese beiden Ecken. Dann kann ich hier gehen und auf Pfad, Pfadeffekte, dann seht ihr hier auf der rechten Seite, ich verschiebe das einmal da herüber, damit ihr das besser setzt, dann haben wir hier ein Pluszeichen hier unten und dann geht hier in der Mitte Pfadeffektauswahl auf das Fenster und hier wähle ich Ecken abrunden und Phasen aus. Da drücke ich einmal drauf und dann seht ihr auf der rechten Seite dieses Fenster. Hier oben steht schon einmal Corners und Pfadeffekte und hier unten könnt ihr zum Beispiel den Radius eingeben, dass der in Prozente erstellt wird. Hier oben die Einheiten können sie ändern, Zentimeter, Inch und so weiter. Ich lasse das Ganze mal auf Pixel in Einheiten. Ich möchte die Ecken auf 30 Grad abrunden und sage hier abrunden und so schaut das Ganze dann aus. Könnte hier auch 45 Grad und so weiter. Das ist noch nicht alles. Ich könnte hier auch invertierte Abrundung eingeben. Dann gehen eben die Winkel nach innen. Ihr seht ihr das und genau im Radius 30%. Dann gibt es hier noch Phasen und das lassen wir jetzt einmal außen vor. Phasen, invertierte Phasen. Wir bleiben jetzt einmal bei Abrunden 30%. Das ist einmal das Erste. Also hier könnte man wirklich ganz genau arbeiten. So, wir machen aber jetzt ein neues Sechseck auf. Hier eben die sechs Ecken eingestellt. Abrundung 0. Ich drücke wieder mit der markierten Figur auf dieses Pluszeichen. Ecken, Abrunden und Phasen wieder. Und jetzt könnte ich hergehen und mit diesem Werkzeug bearbeiten. Der Knoten oder der Anfasser eines Pfades. Dieses Werkzeug nehme ich jetzt her. Und da könnte ich jetzt zum Beispiel noch innen weggehen. So, ihr seht es. Passt. Das gefällt mir. Ich könnte jetzt auch hier oben. Das könnte zum Beispiel als Grundriss für ein Logo dienen. Ich kann jetzt auch sagen, ich möchte die Punkte oben auf dieses Quadrat. Drücke die Shift-Taste und einmal auf dieses Quadrat. Und sage, ich möchte hier eine invertierte Abrundung haben. Bearbeiten. Das gleiche könnte ich jetzt mit einem Rechteck machen und sagen, ich möchte jetzt allerdings nur in Zweiecken diese Abrundung. Mach hier so ein Rechteck her. Entfernen die Kontur mit der Shift-Taste und dieses X hier unten links, das ihr seht, sind bei den Farbcodes. Shift-Taste und dieses kleine X. Dann ist diese Kontur weg. Shift-Taste und eine Farbe. Und dann haben wir die gewünschte Farbe als Kontur. Ich möchte jetzt ohne Kontur arbeiten. Gehe wieder auf Pfad. Pfadeffekte. Dieses Pluszeichen. Wieder Ecken abrunden. Und sage, ich möchte hier einen Radius von 25%. Radius in Prozent. Das klicke ich hier an. Und ihr seht, hier sind schon unsere Abrundungen. Könnte jetzt wieder invertierte Abrundung sagen. Bleib jetzt einmal bei Abrundung. Und ich möchte jetzt aber nur unten diese Abrundung haben. Und oben möchte ich das Ganze kantig haben. Da gehe ich hier mal auf unser Bearbeiten der Knoten oder der Anfasser eines Pfades. Und schnappe mal hier dieses Quadrat und fahre da noch oben weg. Und habe schon die erste Abrundung entfernt. Und hier noch einmal. Und somit haben wir unsere Abrundungen entfernt. Und hier sind sie ja gewünscht. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal vielleicht. Baba. Servus und auf Wiedersehen.